High Cognition Mission 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 Personality One Love 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 Give it away now! Die Bezen gerichtet, wegen Übertretung eines Lichts nützt Denn der Segen wird vernichtet, weil das Leben ist vergiftet Krebserregend und es blüfft mich, exerger's idealistisch Leibhaftiges Wesen, humanistisch Will nicht drüber, red nicht mal im District Gespätestens gerichtet, wegen Übertretung eines Lichts nützt Denn der Segen wird vernichtet, weil das Leben ist vergiftet Krebserregend und es blüfft mich, exerger's idealistisch Leibhaftiges Wesen, humanistisch Will nicht drüber, red nicht mal im District Deswegen mache ich kein Black, wie macabre labere zuletzt Und habe nicht so halt mich bedenkt, entfaltet sich erst jetzt Ich schaff nur Gewalt heute für Respekt Bin ich ganz und gar entsetzt Dann beim Love Love Love, nicht gleich ein Architekt Im Bereich, in meiner Selbst In dem Geist die Jung und Komplex Wird dieses Gleichnis zum Impest Viel zu taff, erweist sich der Mensch Als Verzweifelt nicht perfekt Jeder hat schonmal Leicht sind nicht geschwätzt Doch bereitwillig im Chat Jetzt weiter hier im Text So wird man mehr zurück, wie viel mehr wird Sind die Beweggründe auch so triftig? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.